ja ich glaube ich war ein schmal oder soll ich an die kiste gehen ich lassen kohler und gern die kiste weil ich mich nicht mit meinen doch guter money nicht dadurch wird jetzt werden wir schon bald da entgegen kommen doch nicht doch nicht mache ja das gute black ops aber wenn man mal die perks zusammen hat dann kann man echt glücklich sein wo er dringlich in die ecke das schwere ist weil das mit umdrehen man findet dann ja nicht mehr so leicht draußen würden wir gleich so in die ecke gehen gerade wir das herausschießen eh leicht am anfang aber dann wäre ich mir nicht so sicher ich gehe jetzt an die kiste aber erst mal einfach mein controller der ist nämlich der knüppel bisschen gebrochen jetzt hat sich der wieder dazu komisch umdreht jetzt ist das komisch zum spielen also das hintere teil von knüppel weil ich immer so drauf geht gepresst habe gegen was soll ich aber dann tauschen nachgegen gar nichts der 1 kuma klammer auf farbe sp so muss schneller war zinkt und knüppel gerade auf dem bau auch was man in den schlangen wird dort aber dann kann ich mal keine munde mehr kaufen ist die gut gepasst ja da mani hat es gehabt aber ach na na komm hk die schroth hat man ihn auch immer schlimmsten falls schroth will ich also auf jeden fall empfehlen ja kommen die kriege schon zum zweiten mal nein aus die punch mal einmal mache ich noch kommen einmal geht man 5000 egal dafür hat man ja ist geld oder ich vielleicht sagen jetzt einige dass das ein fehler war damit ich auch gut die anderen heute nicht genommen habe ich meine spaß ist so gut aber ich will es schon so bisschen die muni bei mir haben irgendwann verreckter zombie auch dann kommt ein neuer glaube ich habe keine ahnung grüßen der jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo zu mir gebunden weil ich benutze den teleporter mal soll ich an einem sich kann keine beiden mehr banschen die eine so geil ja gut ja gut ja 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 das scheiße schon genommen würden die kosten 1500 wird es gut zum auf den kosten war mir fällt schon auf ich rede schon wieder so leise gut aber das ist egal weil ich bin mir jetzt wieder laut zu sprechen ich glaube das war eh nicht lange naja genau die alle 64 im magazin trotzdem ist ein magazin leer ja hat man es mit der muni schwer ja es hat sich gereimt die weiß ich bin der beste reimer ich mache jetzt was und stehgreif nein mache ich nicht ich wollte eigentlich gerade so sein gedicht dass uns stehgreif machen besser gesagt ein rap aber das mache ich nicht das will ich mich übelst blamieren wie gesagt hier immer schnell abdüsen dafür dann da bissl ausschwerfen ruhig zu worten es kommt wieder schon um ein bisschen schnitzeln dann kann man nämlich da richtig auf der strecke die saura auslassen schießen da schwert man bis los war der Punkt was sie hier wieder tun eigentlich ganz lässig ich kann mich erinnern vor einem jahr zirka muss das gewesen sein wo ich so gespielt habe immer singleplayer aufdreht einfach die runde 29 war drinnen aber weiter habe ich es nicht geschafft mann jetzt jetzt fehlt unterhaltung man aber so normal bis so labern ist auch mal labern labern ist auch mal ein bisschen gut ich habe mir verbesserte muni wir kaufen ich meine viel muni habe ich bei der art nicht mehr die runde die runde was haben wir denn jetzt für eine runde ja passt deswegen habe ich gewartet ja passt ich habe eh schnelle wiederbelebung ich schaue wie jetzt sterben die hunde ja zwei schüsse die runde die runde die runde die runde ja gut das schaffen die hunde eh glaube ich nicht so leicht ausser sie kommen in rudeln ich meine verbesserte muni kostet ja doch schon leck mich am ohr na wo ist der letzte fahrer ostler noch super der war noch klar und dann rinnt durch warum bin ich jetzt so schwer warum bist nicht schwer na ja genau wir haben ja Affenbombe Affenbombe lassen mich nicht vergessen lustig billiger ja ist ja unmütig dass ich es zu machen ist so ein bisschen gut weil ich es am einfach ein bisschen abblock aber im grunde genommen bringe ich mich nur selber um wenn ich bei der periel stehe und zumach weil die hätte ich jetzt die komplett zugemacht hätten die mich die schon in arsch gefickt da hinten in kammerl ah wenigstens du da da hinten kommen es auch gleich raus und deswegen sage ich damit euch keiner entgegenkommt lockt es gleich mal da ein paar her weil dann rennt die was darf schon kommen automatisch auf die seite und wenn ihr da können sieht könnte schon automatisch durch rennen auch sie macht sind dummen fehler so wie ich ich mache auch immer fehler gut das nächste mal schieße ich bisschen länger dafür logge ich die da auch länger her ja was sagt man dazu ja ich glaube ich gerne mal patschen boah leck mich am sack damit ihr noch sorgen nachspawn hätte ich mal nicht gedacht man ist ja doch schon 13 der runde aha muni 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 ja ich habe es damals auch immer nur so gemacht fach ich hätte noch die die dinge muss ein bisschen leer schießen können aber egal kann man eigentlich im black ops 1 auch schon zweimal punchen keine ahnung ich meine ich weiß ja nicht mal damit man es in black ops 2 kann das hat der max erst mir gesagt aber wo man es in black ops 1 dann auch schon kann würde mich interessieren super da verrecken ich gleich erstmal alle wenn ich einen abschieß voll geschießen würde ich mal sagen ist eine uniform für die die es nicht verstanden haben das hat gerade der charakter ins spiel gesagt falls ich den ton etwas leiser stellen muss weil ich mich sonst nicht hören würde aber ich habe das mikro ziemlich nicht so empfindlich eingestellt damit es extra wenn ich rede damit es richtig rein haut ich könnte auch noch lauter aber dann dann grauscht das schon wieder so und das mag ich auch nicht aber damit ist so viel muni hat ist hier noch einer da naja passt erstmal lock ich dich daher damit ich ihn achso ich muss ich noch dann ist ja alles gut wenn ich ihn auch bis zu plattformverbindung herstellen muss mal vorgesehen mein headset verrutscht moment wenn mich mit der schulter die schulter hat so wird egal so naja ich gehe einmal bevor er noch bei mir ist feier post bin ich hier weg bevor ich bevor er noch von mir ist weil wenn du nämlich ein Land dann ist er nämlich genau so auch schneller 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 aber ja das ist eigentlich irgendwie ergeben ich meine wozu haben wird in diesem Film ich habe das bis heute nicht herausgefunden so es ist gang was für ein film wird jetzt abgespielt und dann 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 Vielen Dank.